Ob Sie das ständige Rasieren-Neid sind, Schwierigkeiten mit Hautirritationen oder eingewachsenen Haaren haben? Mit Hairfree haben wir die Lösung für Sie, dauerhafte Haarentfernung mit reinem Licht. Wir informieren Sie im Vorfeld ausführlich, wie die IPL-Haarentfernung funktioniert, was zu beachten ist und erläutern wichtige Themen, beispielsweise Ihr Bräunungsverhalten oder die Einnahme von Medikamenten. Für die Behandlung wird zunächst sanftes Gel auf Ihrer Haut aufgetragen. Danach setzen wir auf speziell auf Ihren Haar- und Hauttyp abgestimmte Lichtimpulse. Unsere Behandlung ist für Sie und ihn geeignet und durch die integrierte Kühlung nahezu schmerzfrei und besonders hautschonend. Sie möchten jederzeit anziehen, wonach Sie sich fühlen, spontan schwimmen gehen oder ohne Rasierer in den Urlaub fliegen? Genießen Sie Freiheit!